English is a language many people are interested in, but is it for you? Und möchtet ihr es vielleicht auch studieren? Mehr dazu in diesem Video. Guten Tag, ihr unfassbar intelligenten Internetmenschen, dass ihr wieder dabei seid zu diesem Video, vielleicht sogar das letzte dieses Jahr. Ich spreche mit der wunderbaren Johanna Uhl über ihr Englischstudium und ich hoffe, dass einige von euch so auch ein wenig Orientierung haben. Falls wir uns nicht mehr sprechen hören oder schreiben, wünsche ich euch jetzt schon mal in Anbetracht der Umstände schöne Weihnachten. Bis ganz bald. Liebe Johanna, schön, dass du dabei bist. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du gerade jetzt so machst. Ja, hi. Johanna Uhl-Martin ist mein Name. Ich bin Lehrerin für Deutsch und Englisch an einem Gymnasium in Bayern und bin ja schon ziemlich lange im praktischen und im theoretischen Bereich auch unterwegs, im Bereich digitales Lehren und Lernen. Und ja, liebe es mit meinen bunten Tools, mit meinen Schülerinnen und Schülern, Unterricht ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten, soweit das geht, in den Strukturen, die voran sind. Wir können ja gleich nochmal kurz drauf kommen, aber ich nehme mal an, als du angefangen hast zu studieren, in dem Fall jetzt auch Englisch, spielst du das wahrscheinlich noch gar nicht so eine große Rolle. Ich weiß es nicht, aber vielleicht mal, wann hast du dich entschieden, Englisch zu studieren und wie ging das dann los, so ganz am Anfang? Ich wusste eigentlich schon als Schülerin, ja, dass mir Sprachen sehr großen Spaß macht und ich da auch eine Begabung habe und überhaupt ja Menschen, Menschen, Sprache, Verhalten, das gehört ja alles zusammen. Und ich wollte hauptsächlich, ich wollte Germanistik studieren, das war das allererste. Und dann wollte ich auch irgendwie Lehrerin werden, aber war mir dann noch nicht ganz sicher. Und dann dachte ich mir, dann studiere ich doch mal Germanistik und Angelistik als zweites Fach, weil es mich, wie gesagt, ich habe es schon immer geliebt. Ich habe auch tolle Erfahrungen machen können mit meinem Elternhaus, in Urlauben in den USA und so weiter. Ich bin doch immer zugeflogen und finde es auch eine tolle Sprache und auch eine Sprache, die ja einfach globale Bedeutung hat als die gute alte Lingua Franka. Und ja, aber Englisch war so ein bisschen, das ist zweitfach, das war schon auch eine Leidenschaftsentscheidung, aber es war auch notwendig. Und ja, während des Studiums war zwar Germanistik auch immer mein Favorite, das hat sich aber in der Schule geändert und im Referendariat schon. Da würde ich gleich nochmal darauf eingehen. Jetzt aber kurz die Frage, ich erinnere mich mit dem Stefan Quandt, als wir über das Geschichtsstudium gesprochen haben, da hat er gesagt, dass er am Anfang so ein bisschen naiv da reingegangen ist und ich konnte ihm da auch zustimmen, jetzt was Geschichte angeht, was alle anderen Fächer auch angeht, wirklich, ich bin relativ naiv ins Studium gegangen und habe mich, man könnte auch positiv formulieren, dass ich mich habe überraschen lassen, aber wie war das denn bei dir? Wusstest du schon, was im Englischstudium jetzt auf dich zukommt oder gab es Seminare, also jetzt ganz konkret und vielleicht Vorlesungen, wo du so dachtest, ups, das ist auch Teil vom Englischstudium? Ja, in der Tat, also ich habe mich vorher informiert natürlich, wie so ein Studium aussieht, habe auch, es ist ja auch unterschiedlich in den Bundesländern, aber bei uns ist das so, ich habe das vertiefte Studium für ein Lehramt am Gymnasium gewählt. Bei euch heißt es wo? In Bayern, Entschuldigung, ja. Und das vertiefte Studium gewählt, das dann auch so ähnlich ist wie ein Magisterstudium oder war, wo einfach alle Bereiche vertieft studiert werden mit den dementsprechenden Leistungsnachweisen und auch den Examiner dann und habe dann schon auch gesehen, dass es da so Sachen gibt wie Mittelenglisch und solche Dinge, aber mir war schon bewusst, dass ich die Schwerpunkte schon auf Literaturwissenschaften und Sprachwissenschaften legen werde und so dieser ganze Didaktikbereich ein bisschen kurz kommt, kam auch sehr kurz damals noch. Genau, aber mir war schon so ein bisschen bewusst, was da auf mich zukommt und wie es so ist, man muss ja die bestimmte Dinge in Kauf nehmen, wenn man da was erreichen möchte beziehungsweise was studieren möchte, das gehört halt alles dazu. Und ich habe eine mega Leidenschaft dann für Sprachwissenschaften entdeckt, also das hat sich auch mal schön ergänzt in den zwei Studiengängen, aber ja, da gibt es schon so ein paar Dinge, durch die ich mich eher durchgekämpft habe. Aber es ist interessant, dass du das sagst, gerade für die Sprachwissenschaft, die Linguistik hatte ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm, ich muss aber auch zugeben, dass ich mich überhaupt nicht gut informiert habe. Ich habe eher so geguckt, so was muss ich denn jetzt als nächstes machen und war dann meistens ganz positiv überrascht, weil mir das total Spaß gemacht hat. Bei den Sprachwissenschaften kommen ja abgefahrene Sachen. Also ich habe zum Beispiel mal ein halbes Jahr, also ich glaube ein Semester lang über pre-modifications in nominal phrases geredet, also im Prinzip über dieses Stückchen des Satzes, was vom Verb kommt. Und wenn jetzt Leute sagen, oh, jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr Englisch studieren, also sorry, das ist nichts für mich, muss ich wirklich sagen, so was kann echt Spaß machen. Was war denn bei dir was, wo du so dachtest, oh, das ist ja geil, das macht jetzt Spaß. Ja, das war auf jeden Fall die Sprachwissenschaft insgesamt, weil vor allem der Bereich auch der Pragmatik, aber sogar auch so etwas Schreckliches wie Syntax-Analyse, weil, gutes Beispiel, deine Beschäftigung, was in einem so ein Satzglied stecken kann und wie es die Welt verändert, wie es die Aussage des Satzes verändert, wie es die ganzen Umstände verändern kann. Also mich hat es total fasziniert, auch vor dem psychologischen Hintergrund so ein bisschen. Was ich auch immer toll fand, war so Texten, Werbetexten und wie funktioniert Sprache in welchem Kontext. Und ja, also ich fand das total spannend und habe mich da richtig in das Zerliegen der Sprache in all seinen pragmatischen Kontexten sozusagen auch ein bisschen ergötzt. Ja, also hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ein bisschen wie Mathe eigentlich auch manchmal, so diese Syntax-Analyse. Aber ja, so. Man muss ja trotzdem dazu sagen, wenn jetzt Leute sagen, so, ah ja, aber Sprachanalyse, weiß ich jetzt nicht, ob ich das mache. Die anderen Dinge kommen ja auch nicht zu kurz. In Seminaren spricht man auch viel natürlich, also logischerweise auch Englisch. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob das in Bayern auch so war, ich fand es zum Beispiel fantastisch. Wir hatten so Kurse, Englisch-Landeskunde, British Newspapers und ja, natürlich auch Literatur. Sprachanalyse, hast du gerade gesagt, war so dein Liebling. Hattest du auch noch so ein Steckenpferd im Bereich Literatur oder so irgendwas, wo du sagst, boah, an das Seminar erinnere ich mich total gerne oder an die Hausarbeit oder vielleicht an die Abschlussarbeit sogar? Ja, also ich muss noch mal ganz kurz sagen, die Sintagsanalyse war einer meiner Favorites. Mein Favorite war echt Pragmatik, ja, was einfach am meisten mit Menschen und Handeln zu tun hat. Aber also so im Bereich Literaturwissenschaften auf jeden Fall solche Dinge wie Wordsworth, romantische Lyrik, Delight Poets, das weiß ich auch noch ganz genau, was ich da gemacht habe. Ansonsten, ja, es kam bei uns alles recht kurz und oberflächlich nur irgendwie. So war das damals bei uns. Also wir konnten wählen. Wir hatten immer eine Einführung, ein Einführungsseminar. Da wurde so ein bisschen die ganze literaturwissenschaftliche Technik abgedeckt. Und dann konnten wir schon wählen. Aber wir waren eine Riesen-Uni oder wir waren ganz Riesen-Lehrstuhl-Anglistik. Wir hatten da zum Teil 500 Studenten pro Semester. Das heißt, sehr viele sind in riesengroßen Hörsälen und sehr unpersönlich abgelaufen. Aber gerade solche Kurse, wie du sagst, das Landeskunde, Seminare, kleinere Pro-Seminar dann auch, das war dann schon im intimeren Rahmen und mit einer intensiveren Auseinandersetzung. Aber da muss ich wirklich zugeben, da habe ich mich in der Germanistik sehr viel lieber in die Literatur gestürzt. Ist es denn so, dass du jetzt rückwirkend sagst, diese ganzen Sachen, die man damals so geliebt hat, dadurch, dass man die nicht in der Schule braucht, waren sie jetzt völlig umsonst? Also, weil man liest ja halt nicht Wordsworth. Ich habe Shakespeare-Stücke verschlungen ohne Ende in England selber noch. Lies man alles nicht? Also Verschwendung? Nein, überhaupt nicht. Weil ich meine, das bildete ja den gesamten Hintergrund aus. Ja, und die Auseinandersetzung mit Literatur ist ja mehr als die Literatur selbst. Und auch die Auseinandersetzung mit Sprache ist mehr als nur Grammatik etc. pp. Aber auch selbst das. Ich denke, dass ich mich in der Sprachwissenschaft so tief gefunden habe, regt mich jeden Tag eigentlich im Unterricht an. Und ich schaffe es tatsächlich auch, glaube ich, den Schülern, den Sinn hinter Grammatik häufig besser verständlich zu machen, nur weil ich eben das Ganze so tief durchdrungen bin. Also, es ist auch so ein bisschen vergleichbar mit den Examen am Ende. Man hat so einen riesen Haufen an Stoff gemacht und gehabt. Und in dieser halben oder dreiviertel Stunde mündlichen Prüfung kommt natürlich nur ein Bruchteil ran. Aber alles, was ich am Hintergrundwissen und drumherum erworben habe, hat mich auch überhaupt erst dazu befähigt, mich überhaupt dann zu äußern in dem Umfang, in dem ich es dann getan habe. Also, ich denke, da ist ziemlich nichts umsonst. Und sogar Mittelenglisch und die Parallelen dann wiederum auch zu ziehen zum Mittelhochdeutschen oder überhaupt zur Sprachentwicklung, ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und treffe ich heute auch immer wieder drauf. Und weise dann auch meine Schüler darauf hin, ach, krass. Schaut mal, da und daher kommt es. Und jetzt vergleicht man da und da. Und ja, schon. Also, ich denke, das macht das Ganze schon auch irgendwie in der Vermittlung auch authentischer, wenn man da sich auch selbst zum Teil live vor den Schülern plötzlich diese Eingebungen hat und diese Connections. Und von daher, ich denke, es ist ein großes Gesamtes. Aber, das möchte ich an der Stelle mal kurz sagen, also, was ich tatsächlich wenig oder nicht gelernt habe, ist Sprachpraxis. Also, wir hatten, es gab so Kurse, die hießen AP1 und AP2, Advanced English Practice 1 und 2, aber die waren auch wiederum so überlaufen mit so vielen Studenten und Studentinnen, dass da eine Konversation gar nicht wirklich drin war, sondern es war vielmehr auch ein Grammatikunterricht. Und zwar nochmal so ein Durchzieher durch alle Grammatikphänomene, die es nur irgendwie so gibt und dann auch eine Multiple-Choice-Prüfung und True-False und Whatever-Prüfung dazu. Also, mein Englisch hat es nicht verbessert. Da, das hat das Anschauen von englischen Serien und informelles Lernen hat mir das eigentlich gebracht. Ich finde das trotzdem, also das ist natürlich echt schade. Ich muss dazu sagen, ich habe unheimlich viel gelernt, dann auch in einem Austauschjahr in England, das dazu geführt hat, dass mein Englisch sich dann auch wirklich verändert hat. Ich war vorher in den USA und hatte eher, naja, ein anderes Englisch. Ja, das ist ja geil, dann hattest du ja alle Möglichkeiten, aber auch, ja, nee, toll, hatte ich halt gar nichts mehr. Nee, aber klar, das kommt dann so dazu. Auf der anderen Seite hat mich das gerade sehr gefreut, weil wenn jetzt hier Leute auch zugucken, die sagen so, ich bin mir noch nicht sicher, ich war mir noch nicht so sicher, finde ich diese Aussage so wichtig, dass diese breite Grundlage, die man sich in so einem Studium erarbeitet, eben nicht immer zwangsläufig eins zu eins übersetzt werden kann, ja. Also wie traurig wäre es, wenn man sozusagen nichts weiter könnte als die fünf Bände der Bücher in Englisch, die es halt gibt, ja. Und dann kannst du nur darüber reden, so Jack was on the London Eye und das war es irgendwie. Also das finde ich halt mega cool. Aus deiner Sicht, wer sollte Englisch auf, oder sollte ist so hart, wer eignet sich dazu, Englisch auf Lehramt zu studieren? Also wenn jetzt jemand da guckt und sagt so, boah, ich finde das schon toll, aber ich bin mir noch nicht sicher, was sollte man vielleicht mitbringen oder was sollte man vielleicht für Voraussetzungen haben? Also ganz abgesehen von den Voraussetzungen, die man so haben sollte, wenn man sich entscheidet, Lehrer oder Lehrerin werden zu möchten für das Fach Englisch. Ich denke auf jeden Fall eben ein Interesse an Sprache, auch in Bezug auf Inhalt und an kommunikativer und kommunikativer Sprache. Er sollte, er oder sie sollte Lust haben. Ja, die globale Bedeutung der englischen Sprache auch ins Klassenzimmer zu holen, sollte sich wirklich auch bewusst machen, dass im Alltag der Kids Englisch auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Sollte da also keine antiquierte Vorstellung haben von Englischunterricht, wie man es ja vielleicht auch selbst in der Schule erlebt hat. Ja, es ist wirklich nicht Open Your Book und dann macht man die Grammatik und dann die Exercise irgendwie, sondern es ist schon ein, finde ich, ein Fach, das ein gewisses Activity-Level der Lehrkraft braucht, eine gewisse Positivity auch, ja, Spaß an der Sprache vermitteln, auch Sprache an den Kulturen vermitteln, wobei sich das ja sowieso immer mehr so so Mixed-Cross-Culture entwickelt. Ja, kommunikativ natürlich Lust haben, die Schüler auch anzuregen zur Kommunikation untereinander auf Englisch. Ja. Super. Ja, kann ich alles hundertprozentig unterschreiben. Musste gerade so mit so einem weinenden Auge irgendwie feststellen, dass diese Form der Kommunikation und Interaktion gerade zu Pandemiezeiten bei mir so ein bisschen hinten rüberfällt, aber das wird ja hoffentlich auch wieder anders. Zum Abschluss die Frage, die du gerade eben schon angedeutet hattest, vielleicht in so einem kleinen Paket. Erstens, du bist ja jetzt auch gerade im Digitalen viel unterwegs, du bist promovierte Doktorin auch in diesem Bereich und hast gesagt, das Verhältnis von sozusagen deinem Lieblingsfach, nämlich Englisch und Deutsch, hat sich dann in der Lehre verändert. Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz skizzieren? Ja, also Deutschunterricht ist einfach eine ganz andere Art von Unterrichten. Es bedarf viel mehr Reflexion, innehalten, tiefer gehen, anhalten. Ja, und ich denke, dass Englisch einfach dieses Activity-Level voraussetzt. Es ist vielleicht eher eine Auseinandersetzung, gerade in den ganzen unteren Klassen oder bis Ende der Mittelstufe, mit witzigen Themen, mit spannenden Themen, mit Everyday-Topics. Das schon auch natürlich in die problematischen Felder gehen kann, wo man dann schon auch mehr reflektieren kann. Aber es ist wirklich so ein bisschen mehr Activity, es ist bunt, es ist Action. Ja, es ist immer didaktisch gesprochen, viel Methodenwechsel, viel Schüleraktivierung. Und ja, es ist so irgendwie ein bisschen Entertainment auch, finde ich, der Englischunterricht. Das zum einen einfach von der Art des Unterrichtens entspricht, ich liebe beides. Ich bin Deutsche in der Oberstufe hauptsächlich und auch auf eigenen Wunsch. Aber so dieses actionreiche, activityreiche, fröhliche liegt mir dann doch auch oft mehr oder macht mehr Spaß. Ja, und die digitalen Medien, die haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich da mich mehr darauf fokussiert habe, auf das Fach. Bereits im Referendariat habe ich da ganz tolle Projekte machen können mit Schülern. Ob das Magazine gestalten war, designen und dann drucken lassen oder ja, was recherchieren im Internet und auch einfach diese multimedialen Möglichkeiten der Technologien fürs Fremdsprachenlernen nutzen. Also den Einsatz von Video und Audio und auch dieses individuellere Rezipieren. Der Blick in die Welt raus, über das Web die Welt ins Klassenzimmer holen. Also gerade das hat einfach sehr viel Möglichkeit auch für authentische Sprachbegegnungen mit dem Englischen der Kids gegeben. Und eben auch diese eher handlungsorientierte Auseinandersetzung der Kids mit den Inhalten, der im Deutschunterricht natürlich auch stattfindet. Aber das sind so die Dinge, die mir das Englischunterricht noch viel mehr zum Favorite gemacht haben. Und das war, wie gesagt, mal umgedreht. Und die Korrekturen in Deutsch, naja, die müssen sein. Aber das ist natürlich auch eine lästige Geschichte. Liebe Johanna, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dir jetzt zugehört hat und danach gesagt hat, nee, Englisch ist doch nicht das, was ich machen wollte. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du, wenn wir zusammen ein bisschen bei diesem Entscheidungsprozess helfen konnten und können. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch eine Frage vielleicht an Frau Dr. Uhl habt oder an mich. Aber das könntest du ja sowieso. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dabei gewesen bist. Danke für die Einladung, Bob. Ciao. Ciao. Naja, und auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr so viele interessiert, jetzt hier nochmal Tschüss an meiner Stelle. Bitte sagt Bescheid, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr Interesse am Englischstudium habt. Und lasst mir natürlich gerne Kommentare, Likes oder sogar ein Abo da mit dem kleinen Glöckchen. Wir sehen uns schon bald wieder, glaube ich, obwohl ich jetzt erstmal ein Powernap brauche, so bis März. Also bleibt kritisch. Bis dann. Eigentlich wollte ich die Welt sehen.